Prinzessin Dülja nannte dieses selbsterdachte Verfahren Ridikulisierendes Anagrammieren. Es konnte jedes Schreckenswort in eine Karikatur seiner selbst verwandeln und sogar Krankheiten und Tod den bösen Stachel ziehen. Aus einem lebensbedrohlichen Herzinfarkt machte sie so im Nu einen lustigen Ferzinhakt und aus einem Schlaganfall einen absurden Flakanschall. Aus einem schmerzhaften Bandscheibenvorfall wurde ein Schandbeibenrollpfaff. Aus Blutzucker, Zut, Blucker und aus Brechdurchfall Frechdurchball. Es wurde nicht mehr gestorben, sondern stegroben. Es drohte nicht mehr die lebenslängliche Haftstrafe, sondern nur noch die länglich-lebense Straftafe. Man war nicht mehr arbeitsunfähig, sondern unbeihartseffig. Man kam nicht mehr auf die Intensivstation, sondern auf die Stintansiv-Titaun. Und was machte es da noch aus, einen Laufkreis Lapskohl zu erleiden und zu prekieren? Als totes Durunke verlor auch jede Todesurkunde ihren Schrecken, selbst wenn Zeberle, Hose oder Sinschwuch die Ursache war. Da konnte sie jedoch getrost ihr Mästertent machen, denn auf den Hietfrof kann man so oder so, und zwar in einem Seichenlack. Wenn die Ärzte bei den regelmäßigen medizinischen Untersuchungen wieder mal von Blut, Fett und Cholesterin schwafelten, würde Dülje jetzt nur noch Flutbett und Lykosterin hören. Und davon erhöhte sich nun nicht einmal mehr ihr Drutblock, geschweige denn ihr Spuckerziegel. Prinzessin Insomnia und der albtraumfarbene Nachtmahr. Der neue Zermonien-Roman von Walter Mörs. Ab jetzt in ihrem Schlafzimmer.